Hallo zusammen, das haben wir hier eine neue Winterzeit, Winterkrieg, heisst auch Festzeitzeit. Das haben wir hier von euch aus der Region Emmentaler Kalb, Schulter 36 Stunden geschmort. Daher haben wir ein wenig Kartoffel, Sellerie, Heu und Truffel-Puree, Wurzelgemüse und Federkohl und ganz wenig Quinoa-Pops, um die Nuss zu pricken. Und daher kochen wir das Wasser, das euch nur alles zusammenstellen hier drin, das hier rein tun, den ganzen Sohli und das ganze Gemüse, das euch nur mal warm so machen, ganz einfach. Das braucht man hier aber bis warm, die Kalbschulter brauchen wir etwa vier, fünf Minuten, aber sehr, sehr richtig. Nicht das Wasser aufkochen, das ist wirklich temperieren, temperieren, nur. Was gut mit dem ist, wenn wir das ein wenig im Warm machen, von außen das Winterk, das kann man ein wenig abhören, immer abhören, abhören zu Hause. Wenn wir das immer kochen müssen, dann kommt es noch ein wenig besser an. Sonntet zusammen! Kommt gut! Das ist ein wenig Motivation, noch ein wenig warm kochen. Das soll ich nur so schneiden. Das soll ich schon direkt im Teller so machen. Gerade im Mietz-Taller so. Machen wir eine kleine Seile in der Mitte drin. So. Das Fleisch. Oh, das kommt mega aufhören. Und dann das Gemüse. Das ist ja eine Wurzel Gemüse, der hier bei Merit. Und dann haben wir ein wenig Konfirm. Das ist ja so. Das soll ich nur ein wenig rühren. Ich würde auch ein wenig empfehlen für euch. Ein wenig unter dran schon. Drei so. Dann so in die Mitte. Schön geschmorten. Dann hat die Sauce so schön glasiert. Das ist auch ein bisschen eine Farbe. So drin. Aber drauf. Et voilà. Dann ist es los. Das ist auch ein bisschen schöner. Noch mal Pops. Das ist ein bisschen eine Struktur. Ein schöner Kalb für Emmental. Das haben wir 36 Stunden. Nicht die Gare von euch. Und das. So. Probieren wir ihn. Vosavi. Komm, macht es vegetarisch erst. Mega fein. Gut zusammen. Freut mich. Peas klei. rip wo